Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, die leidet unter Mitgliederschwund. Nur noch 4000 Mitglieder hat sie und da verwundert es sich nicht, dass sie manchmal zu Extremen greift. Auch zu extremen Werbemaßnahmen wie zur Europawahl 2019. Da wurden Plakate aufgestellt mit dem Slogan, Migration tötet Widerstand jetzt. Ob solche Slogans auf Plakaten für eine politische Partei in Ordnung sind oder möglicherweise den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen, das musste jetzt das Landgericht in Potsdam beantworten. Wie es entschieden hat, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke und falls ihr Interesse an Rechtsthemen habt, dann sollte dieser Kanal genau der richtige für euch sein. Also lasst gern ein Abo da. Ja, die NPD, die hat ein Mitgliederschwundproblem und ein Namenproblem. Wie die Tagesschau zwar Ende 2019 berichtet hat, sucht die NPD nach einem neuen Namen und im März soll der schon bestimmt werden. Wahrscheinlich auch, weil der Name ein gewisses Imageproblem hat. Allerdings sind deren Werbemaßnahmen jetzt auch nicht gerade dafür geeignet, das Image sonderlich zu verbessern. So wurde zur Europawahl mit folgendem Slogan geworben. Hier seht ihr es auf der NPD-Seite. Migration tötet Widerstand jetzt. Ist also immer noch auf der Webseite abrufbar. Ach, was sehe ich da? Den Cookie-Hinweis. Wir verwenden Cookies. Akzeptieren. Ja, der ist leider auch nicht korrekt. Wäre vielleicht mal etwas für die Datenschützer solche Cookie-Hinweise ganz nebenbei mal ebenso geprüft gehen. Nicht, liebe NPD. Aber gut, das nur am Rande. Migration tötet Widerstand jetzt. Das war also die Frage, die das Landgericht in Potsdam beschäftigte. Und die Frage, ob man darin schon eine Volksverhetzung sehen kann. Und das Landgericht Potsdam hat gesagt, nee, das ist keine Volksverhetzung. Dem vorausgegangen war, dass die Polizeidirektion im Landkreis Potsdam-Mittelmark Plakate der NPD entfernt hatte und jetzt gerne wollte, mit der Staatsanwaltschaft zusammen, dass die Plakate beschlagnahmt werden können. Und sowohl das Amtsgericht Potsdam als auch das Landgericht Potsdam haben gesagt, nee, das klappt nicht. Also die Beschlagnahme, die funktioniert nicht, denn eine Volksverhetzung, die ist hier nicht gegeben. Und es gibt eben keinen Anfangsverdacht der Volksverhetzung. Und deswegen gibt es auch keinen Grund, warum man diese Plakate beschlagnahmen kann. Denn, und das mag den einen oder anderen vielleicht verwundern, so ein Spruch, Migration tötet, ist nach Meinung des Landgerichts Potsdam vom Grundgesetz Artikel 5 der Meinungsfreiheit gedeckt. Ihr seht also, ein ganz hohes Gut. Selbst so ein Spruch wird von den Gerichten noch als akzeptabel angesehen. Jedenfalls dann, wenn er auch verstanden werden kann. Unter anderem als politischer Angriff auf die Migrationspolitik der Bundesregierung seit 2015, sagt hier das Landgericht Potsdam. Gerade im Wahlkampf müsste es möglich sein, auch mal härter zu schießen. Und damit schließt sich das Landgericht Potsdam Erwägungen an, die auch schon das Bundesverfassungsgericht interessanterweise so gesprochen hat. Das Bundesverfassungsgericht hatte der NPD zwar noch kein Recht gegeben, also da ging es auch um vergleichbare Fall im sächsischen Zittau. Es gab Wahlplakate, die sind entfernt worden. Dagegen wehrt sich die NPD, geht bis vor das Bundesverfassungsgericht. Sie verlieren da zwar, weil das Verfassungsgericht hat, es ging hier um irgendwie drei Wahlplakate. Das ist nicht relevant genug. Aber in der Sache hat auch schon damals das Verfassungsgericht gesagt, Nein, nein, das ist hier Meinungsfreiheit. Gerade wenn es politisch heiß hergeht, könne man das als Partei so äußern. Und gerade sei es auch besonders schwierig, wenn die Parteien sich nicht mehr äußern könnten. Interessant ist, dass sowohl das Landgericht Potsdam als auch das Verfassungsgericht gesagt haben, Wenn man so eine Aussage wie Migration tötet Widerstand jetzt in unterschiedlichen Weisen verstehen kann, also entweder als normale Kritik oder als Aufruf an die Bürger, gegen Migranten wirklich Widerstand zu leisten und ernsthaft vorzugehen, das wäre ja dann Volksverhetzung. Wenn man jetzt sagt, los, Leute, nehmt die Waffen in die Hand und raus mit den Migranten. Das wäre eine klassische Volksverhetzung. Aber so muss man es ja nicht. Man kann es vielleicht so verstehen, aber so muss man es ja nicht verstehen. Sagen sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch das Landgericht Potsdam. Und wenn es solche zweideutigen Aussagen gibt, dann muss man im Rahmen der Meinungsfreiheit sagen, muss die Aussage erstmal bestehen bleiben. Es könnte ja immer noch sein, dass die reine politische Äußerung gemeint war. Ich weiß, das klingt total strange, aber am Ende war es dann so, dass das Landgericht Potsdam gesagt hat, wir distanzieren uns ausdrücklich von dem Inhalt der umstrittenen Wahlkampfkampagne, kommt auch nicht alle Tage vor, dass das Gericht dann noch eine eigene Meinung abgibt. Und die Kammer betonte in ihrem Beschluss, dabei verkennt die Kammer nicht, dass eine solche Wahlkampagne wie die hiesige unsachlich, geschmacklos sowie politisch unkorrekt ist und von der Partei, wie das Amtsgericht bereits ausgeführt hat, aller Voraussicht nach auch in dieser Form beabsichtigt gewesen ist. Sprich, das ist jetzt wirklich strange zu sagen, naja, wahrscheinlich wollten die das Volk aufstacheln. Und wahrscheinlich ist das sogar eine Volksverhetzung. Aber es gibt hier verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Und dann müssen wir die, im Zweifel für den Angeklagten, den Dubio Pro Reo, müssen wir die für die NPD Bestmögliche nehmen. Und wir nehmen mal an, sie wollten sich wahrscheinlich nur politisch äußern und in den Diskurs und in die Migrationspolitik der Bundesregierung mit einsteigen. Deswegen hat sie ihre Plakate zurückbekommen. Ja, da seht ihr, was alles möglich ist. Wir hatten letztens ja auch schon mal ein ziemlich hoch angehängtes Urteil. Da war das Renate Künas, die sich da wirklich mit schlimmsten üblen Worten beleidigen lassen musste. Auch da hat die Meinungsfreiheit erstmal gesiegt. Ob das bestehen bleibt, werden wir noch sehen. Werde ich auch noch darüber berichten, deswegen lasst gerne ein Abo da. Da ist das letzte Wort, glaube ich, auch noch nicht drüber gesprochen. Aber auch hier wieder Meinungsfreiheit ganz, ganz hoch gehängt und ausgenutzt von den Parteien am rechten Rand, indem sie solche zweideutigen Aussagen treffen. Ja, was meint ihr? Sollte man das in einer toleranten Gesellschaft durchgehen lassen? Migration tötet Widerstand jetzt? Oder sollte man sagen, geschmacklos, weg damit, müsste verboten werden. Was sollen diese Aufstacheleien? Ich bin gespannt auf eure Kommentare, postet es unten in das Kommentarfeld, tauscht euch aus. Solche Themen polarisieren ja und hat jeder seine eigene Meinung. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Ein bisschen habe ich noch hier für euch im Angebot. Würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt. Tschüss und bis dahin.